Diese Kids stehen außer Konkurrenz. Gerade mal sechs und sieben Jahre alt tanzen Kevin und Beverly aus New Jersey schon wie echte Profis. Sie waren Ende April die Sieger bei einem Salsa-Kongress in Israel. Offene Tanzhaltung führen mit nur einer Hand und kreisförmige Bewegungen. Kevin und Beverly tanzen hier den kolumbianischen Salsa-Stil. Mit Taktgefühl und der richtigen Attitüde.